Die Hire Door Dry ist ein gänzlich neues Konzept für den Haushalt, mit dem mehr Wäsche in weniger Zeit erledigt werden kann. Dieser weltweit erste Waschtrockner mit intelligentem Doppeltrommelsystem kann zwei unabhängige Waschgänge gleichzeitig ausführen. Eine zusätzliche Trommel sorgt für mehr Zeitersparnis. Ganz egal ob helle oder bunte Wäsche, feines oder Baumwolle gewaschen werden muss, ab jetzt muss man nicht mehr das Ende eines Waschgangs abwarten, bevor an der nächste gestartet werden kann. Außerdem hat man die Möglichkeit die große Trommel so zu programmieren, dass sie parallel zuerst wäscht und dann trocknet. Die Duo ist dank ihrer zwei Direct Motion Motoren einer der leisesten Maschinen auf dem Markt und bringt die Waschmaschinentechnologie auf ein völlig neues Level.